Die Kriegspotenzial von U-Booten Vor allem auf deutscher Seite hoffte man durch die U-Boote das Kräftegleichgewicht auf Übersee herzustellen. Das Ziel war es also, sich gegenseitig die großen Schlachtkreuze zu zerstören. Deutschland gelang so am 22.09.1914 der erste große Schlag mit U-Booten gegen Großbritannien, in dem durch das U-Boot U-9 drei britische Panzerkreuze versenkt wurden. Auf die Dauer aber erwies sich das Vorgehen gegen kleine, wendige Kriegsschiffe als mehr oder weniger erfolglos und somit kam Deutschland direkt auf die Idee, dass es doch viel effektiver wäre, die U-Boote gegen Handelsschiffe einzusetzen. Dadurch wollte man britische Versorgung trotz der Stärke ihrer Seeflotte ernsthaft beeinflussen bzw. eine abschreckende Wirkung erzielen. Ab dem Herbst 1914 wollte Deutschland seine Ziele mit den U-Booten durchsetzen. Daraufhin wurde von dem deutschen U-17 am 20.10.1914 erstmalig ein britisches Handelsschiff versenkt. Der offizielle Beginn des U-Boot-Krieges verschob sich jedoch, da man sich über die möglicherweise weitreichenden Folgen dieser neuen Form des Seekrieges, vor allem über die Haltung oder Reaktion der neutralen Nationen, insbesondere der USA, nicht im Klaren war. Trotzdem machte Deutschland den Unterwasserkrieg am 18.02.1915 offiziell. Bis zum 22. Februar 1915 führte man so einen eingeschränkten U-Boot-Krieg. Das bedeutet, man hat nur Schiffe des umgebaren Kriegsgegners attackiert. Jedoch sah sich Deutschland noch mehr durch das Scheitern des Schliefenplans gezwungen, einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. In kürzester Zeit wurde den U-Booten befohlen, alle nichtdeutschen Schiffe in den sogenannten Sperrgebieten zu bekämpfen. Diese Aktion blieb jedoch nicht ohne Konsequenzen. Trotz des Deutschland durch die Stationierung von insgesamt fast über 100 U-Booten in den Gewässern und Großbritannien, Frankreich, Italien sowie im östlichen Mittelmeer, in Teilen des europäischen Nordmeers, im Seegebiet der Azoren, an der Ostküste der USA, vor der Westküste Afrikas und durch das brutale Vorgehen in den Schlachten, die Antoine-Wichter bedrohtlich schwächte, kommt es jedoch zu einer verhängnisvollen Wende. Zwei Jahre nach dem Versenken des britischen Passagierschiffs Louisie Tanner am 07.05.1915, durch das deutsche U-20 stieg Amerika aufgrund von genau diesem Akt auf Seiten der Antoine in den Krieg ein und trug maßgeblich zur Entscheidung von diesem bei. Im Sommer 1917 wurden des Weiteren wirksame Methoden gegen U-Boote entwickelt, vor allem die Einführung des Geleitzugssystems und die Benutzung von Wasserbomben sowie Unterwasserhörgeräten, die beschleunigte Bewaffnung der Handelsüge und der verstärkte Bau von Geleitfahrzeugen führten zu einem beträchtlichen Rückgang der Versenkungsrate. In der Summe brachten die U-Boote zumindest für Deutschland mehr Verluste als Gewinn. Jedoch wirkt die U-Boote und ihre verheerende Wirkung auf den nach dem Ersten Weltkrieg geschlossenen Versailler Friedensvertrag mit dem Artikel 181 und 190, wird Deutschland zur See stark eingeschränkt. Es darf nur eine gewisse Anzahl von Kriegsschiffen und dergleichen besitzen und U-Boote werden Deutschland gänzlich verboten.